Ausgangspunkt ist wieder einmal ein Schild. Diesmal aber kein Spezielles, sondern eines, das man an sehr vielen Gartensäunen findet. Warnung vor dem Hund. Oder aber auch Warnung vor dem Hunde. Gut, wahrscheinlich ist es den meisten Hundebesitzern vollkommen wurscht, welches Schild sie kaufen. Linguistisch haben wir hier aber eine interessante Variation. In beiden Fällen steht das Wort im Dativ Singular. Woher kommt aber dann dieses E, das sich für uns ein bisschen ja veraltet anhört? Und das auch völlig zu Recht. Im Mittelhochdeutschen war dies noch die übliche Bildungsweise im Dativ der starken Maskulina und Neutra. Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieses E jedoch abgebaut. Warum aber, warum ist es nicht einfach geblieben? Es handelt sich um einen allgemeinen Prozess, der nicht nur beim Dativ stattgefunden hat. Die Tilgung eines unbetonten Vokals am Wortende nennt sich Apokope. Die Synkope, das Gegenstück im Wortinneren, habe ich bereits in einem anderen Video angesprochen. Die Apokope wurde im Oberdeutschen früher und konsequenter durchgeführt als im Mitteldeutschen, was nicht unbemerkt blieb. Im 16. und 17. Jahrhundert war das Vorhandensein oder Fehlen dieses E geradezu ein Konfessionsmerkmal. Die mitteldeutschen Protestanten gingen in die Kirche zur Messe und ihre Kinder erhielten die Taufe. Die süddeutschen Katholiken dagegen gingen in die Kirche zur Mess und der Pfarrer spendete die Tauf. Diesen Unterschied sieht man auch bei Familiennamen sehr schön. Der Name Lange kommt im Norden wesentlich häufiger vor, während die apokopierte Form Lang im Süden dominiert. Ich finde es immer faszinierend, wenn Sprachwandel auch heute noch direkt sichtbar ist. Aber zurück zur Dativ-Apokope, denn im Fall des Dativs wurde der Prozess durch eine übergeordnete Tendenz begünstigt. Die sogenannte Kasus-Nivellierung. Im Mittelhochdeutschen unterschied sich der Dativ durch das E noch formal vom Nominativ und vom Akkusativ. Zum Neuhochdeutschen hat durch die Apokope aber eine Angleichung stattgefunden. Die drei Fälle sind also nivelliert. Aber nur am Substantiv, denn durch den im Mittelhochdeutschen endgültig obligatorisch gewordenen bestimmten Artikel findet nach wie vor eine Differenzierung statt. In den Pluralformen blieb das E übrigens erhalten, bzw. wurde die auch dort teilweise stattgefundene Apokope wieder zurückgenommen, zumindest im Standard. Man kann also davon sprechen, dass eine Numerus-Profilierung stattgefunden hat, denn wir haben nun eine klare, formale Unterscheidung der beiden Numeri. Aber darauf gehe ich hier jetzt nicht weiter ein. Kommen wir nochmal zurück zur Kasus-Nivellierung. Darunter verstehen wir also den Abbau von Kasus-Markierungen. Und das war nicht nur beim Dativ Singular der Fall. Schon durch die Nebensilbenabschwächung vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen sind mehrere Fälle zusammengefallen, zum Beispiel der Nominativ und Genitiv Plural. Die Kasus-Nivellierung wurde aber nicht ganz konsequent durchgeführt. Im Genitiv Singular etwa gibt es ja bei den starken Maskulina und Neutra noch bis heute das S. Und auch im Dativ Plural blieb das N bestehen. Wäre es übrigens nach dem ein oder anderen Grammatiker gegangen, dann wäre auch das E im Singular erhalten geblieben. Ende des 18. Jahrhunderts plädierte Johann Christoph Adelung für den Erhalt des E im Dativ, denn es sei dessen charakteristischer Biegungslaut. Das hier von ihm genannte Beispiel zu seinem Wohle kommt uns trotzdem nicht so fremd vor. In festen Wendungen nämlich hat sich das Dativ E teilweise gehalten. Zum Beispiel in nach Hause, im Sinne von oder auch am Rande. Dort fällt es uns gar nicht mehr groß auf. Trotzdem ist die Frequenz sehr gering, sie liegt bei etwa 0,2 Promille. In älteren Texten begegnet uns das Dativ E natürlich noch häufiger, beispielsweise in der deutschen Nationalhymne. Wie sieht das Verhältnis bei den Hund-Hunde-Schildern aus? Natürlich kann man dabei Internethändlern schauen. Spannender und gesünder ist es aber, selbst einen linguistischen Spaziergang zu unternehmen und die Schilder zu zählen. Bei meiner Zählung, überwiegend in Augsburg-Bärenkeller, steht es mittlerweile 10 zu 6 für die apokopierte Form. Und in meinen vergangenen Sprachgeschichtskursen habe ich die Studierenden dazu ermuntert, ebenfalls einen kleinen Spaziergang zu machen. Der Gesamtstand lautet derzeit also 32 zu 15. Die Variante Hunde scheint also immerhin noch in grob einem Drittel der Fälle vorzukommen. Natürlich ist das Ergebnis aber nicht repräsentativ. Wenn Sie mögen und in einem entsprechenden Wohngebiet wohnen, können Sie ja selbst mal die Augen offen halten. Also drehen Sie eine Runde und schicken Sie mir Ihre Hundefunde. Wie schon gesagt, findet die Apokope aber nicht nur im Dativ Singular statt, sondern auch in anderen Formen. Und auch heute noch. Interessant ist vor allem die erste Person Singular bei Verben. Hier wird in der Umgangssprache und auch in konzeptionell mündlichen Texten sehr häufig apokopiert. Ein Schild, auf dem hier wach ich stehe, ist mir allerdings noch nicht untergekommen. Aber gut, wer weiß, vielleicht wird man ja dazu in ein paar Jahrzehnten oder so auch einen linguistischen Spaziergang machen können. Im Falle des Gefallens können Sie einen Daumen nach oben geben. Und im Grunde genommen können Sie dann auch gleich abonnieren.